Hallo und willkommen zu einem kleinen Statistik-Update. Und zwar, der Lukas hat nochmal die Statistik mit und ohne Handel aufbereitet. Da ist mir etwas Interessantes passiert. Ihr habt es vielleicht in einem anderen Video schon gesehen, ich weiß nicht, ob ich es vor oder nachher hochlade dazu. Da ist mir aufgefallen, dass die LON, also die Deutschen, die Amerikaner, dass die alle ihre Fabriken raushandeln, wirklich alle, in jede Richtung, aber hauptsächlich an die CLF raushandeln. Deswegen die CLF hier die meisten Fabriken in der Statistik bekommt. Und wir haben ja auch in dem Statistik-Video gesehen, dass da auf einmal so ein plötzlicher Knick von 100 Fabriken ist, wo die LON die ganzen Fabriken verlieren, 100 Stück, und auf einmal die CLF die Fabriken alle bekommt. Weswegen die auf einmal die CLF die stärkste Fraktion sind, die nur noch zweitstärkste sind, die LON. So, und das zusammengenommen, das hat uns jetzt bis zum Grübeln gebracht. Und der Lukas, der hat das auch angestoßen, der meinte, er glaubt, dass sie das nur am letzten Spieltag gemacht, also so eine Minute vor Safe Game, also bevor der Spieltag zu Ende ist, angemacht haben. Das würde auch mit den Grafen übereinstimmen. Zumindest halt, also die letzten Wochen, die das dann gemacht haben, aber wahrscheinlich erst nur am letzten Spieltag. Und zwar haben die den Handel dann angemacht, so eine Minute wahrscheinlich, bevor wir gespeichert haben, damit die nicht wirklich was verlieren. Und die wussten ja, dass die Statistik von Lukas für alle aufbereitet wird. Und die wollten damit halt die Deutschen, die Amerikaner wahrscheinlich erreichen, also es ist nur eine Vermutung, aber sonst macht das halt keinen Sinn, 100% Fabriken auszuhandeln für Ressourcen, die sie nicht verwenden können. Und wir vermuten halt, dass sie das gemacht haben, damit in der Statistik, sie eben weniger stark aussehen, als sie denn jetzt sind. Und eine andere Fraktion, die mit denen nicht verbündet ist, und wir wissen ja schon, dass die Deutschen, die Russen, die arbeiten ja zusammen, das haben wir schon gesehen, die Franzosen ja auch. Die haben ja, beim letzten Mal haben die ja diese Aktion gemacht, dass die den Franzosen beschützt haben, die uns mit Krieg gedroht haben und so weiter. Also die haben ja schon so eine Koalition im Norden. Und deswegen haben sie die Fabriken zum Großteil, also fast alle, an die CLF gegeben, damit die als stark gelten und dann Leute sich eher gegen die verbünden. So, nun ist das, wie gesagt, aufgefallen, das Ganze. Also der Lukas durch die Statistiken hat das halt dann nochmal gesehen. Und mir war dann auch zwischendurch aufgefallen, dass die Ressourcen noch gar nicht verwenden können. Und ja, und jetzt haben wir auf jeden Fall, das hat der Lukas die Statistik deswegen nochmal neu gemacht, im Umfang mit und ohne. Also das sind jetzt die Fabriken, die sie angezeigt wurden, die letzte in der Statistik war. Dann noch die CLF, das ist jetzt die stärkste Fraktion, ja. Mit Abstand die stärkste Fraktion. Dann kommt die LON, das ist noch die zweitstärkste, obwohl die halt alle ihre Fabriken weggegeben hat. Ich meine, wirklich alle hat die rausgehandelt, ja. Das ist krass. Und genau, und jetzt das Ganze mal ohne Handel, so wie es halt wirklich aussehen würde. Und siehe da, die LON ist fast doppelt so stark wie der nextstärkste. Also die Russen gehören ja schon fast zu dem. Wie gesagt, die haben ja so mehr oder weniger, also ich habe das ja mitbekommen, letzten Spieltag, die Aktion mit den Frankreich. Und wenn man dann die anderen Fraktionen nimmt, wo die den Fein bewähren, dann haben die halt doppelt so viel wie der Rest. Also fast bei doppelt so viel. Also das ist schon eine sehr deutliche Sprache, die der Balken da spricht. Von daher haben die ja wahrscheinlich wirklich auch deswegen das im Handel gemacht, damit der Balken eben nicht so eine deutsche Sprache spricht, haben sie so umgewandelt. Das Problem bei der Geschichte für die ist nun, dass sie natürlich spektakulär gewegfeiert hat, muss man sagen. Weil die CLF, die ist nicht besonders glücklich darüber, dass die alle Fabriken für ungefähr einen Tag bekommen, in der Statistik als Stärkster angesehen werden und damit eben zur Zielscheibe der Welt geworden sind. Weil die Stärksten normalerweise, außer die LON, wenn die die Stärksten sind, werden die nie anvisiert aus irgendeinem Grund. Verstanden habe ich das noch nicht, aber das hat mit der Diplomatie wahrscheinlich zu tun. Und die CLF, die ist ja eher so, die hält sich aus allem raus, ist neutral. Aber da die jetzt als Stärkste angesehen wurde, durch diese Statistik, die eben verfälscht wurde von denen, hat man eher eine Zielscheibe, einen Fahnenkreuz auf dem Rücken. Und die CLF ist sehr, sehr unglücklich darüber. Und da hat es jetzt spektakulär gebackfeiert. Und wir haben jetzt einen sehr starken Verbündeten dadurch bekommen. Und die LON, also wenn ich vorsichtig noch nicht sicher war, ob die CLF die LON hasst, die wissen das inzwischen, dass sie die hassen. Die haben gesagt, wenn sie die Fabriken behalten dürfen, dann sind sie nicht unzufrieden. Aber ansonsten würden sie das negativ bewerten, die Aktion. Und wir hatten zwar schon vor, mit der CLF gute Beziehungen, aber das hat das halt sehr stark erhärtet, die guten Beziehungen und die schlechten Beziehungen zwischen denen auch sehr stark erhärtet. Und das ist, glaube ich, in Summe ein sehr schöner Traum. Wenn man denkt, dass sie mit den Russen zusammenarbeiten, das hat ja jeder mitbekommen im letzten Mal, dann ist das auch so, dass, ey, die Russen haben ja auch schon schlecht über die geredet. Die haben gesagt, die halten nicht ihren Abkommen, die CLF. Das heißt, wir haben da zwei Fraktionen im Norden, die halt, wenn man die echte Statistik halt anguckt, hier die stärksten sind, wie beide der CLF quasi versuchen, eine Zielscheibe auf dem Rücken zu kleben. Also sehr viel besser konnten die die CLF nicht in unser Lager drücken. Also von daher eine spektakulär gemerkfeierte Aktion, die wirklich ganz hervorragend zu uns klappt. Wir könnten die natürlich noch ein bisschen weiter ausnutzen in der Situation, weil da sind jetzt ungefähr 1000 Konvois unterwegs in Routen, die sie nicht beschützen können. Die sind zumindest noch im Wasser, auch wenn sie sofort ausmachen. Aber ich habe schon nachgeguckt. Unsere Schiffe sind leider, kommen nicht in diese Position, wo die Konvoeroute wäre. Und es könnten jetzt wahrscheinlich so 500 bis 1000 Konvois von denen versenken. Und dann hätte das nochmal richtig weh getan. Aber, also wir bräuchten 10 Tage für den Krieg. Das wäre jetzt kein Problem von der Zeit. Es muss wahrscheinlich noch irgendwo klappen. Und das Problem ist halt einfach nur, wir haben keine Schiffe in dieser Position, um das zu machen. Aber jetzt nochmal so 500 Konvois von denen versenken. Nochmal obendrauf. Das wäre natürlich nice gewesen. Nice. Ich meine, wir könnten vielleicht trotzdem den Krieg jetzt frühzeitig erklären. Wir wollten ja eh Krieg gegen die machen. Aber die Frage ist halt, ob wir unsere Schiffe in diese Position halt schnell genug reinbringen und die Konvois schon durch sind. Also ich vermute, dass das nicht funktionieren wird in diesem Zeitrahmen. Ich will es mal so ausdrücken. Wir haben aber eh Krieg gegen die Wollen. Spricht eigentlich auch nichts dagegen, was wir das machen. Dann haben die jetzt mehr Vorbereitungszeit in Deutschland, wenn wir das jetzt machen würden. Aber dafür könnten wir Konvois abfangen. Aber da müssen die auf dem Reale drüber reden. Also ich kenne halt die Flottenkonstellationen nicht von uns im Vergleich zu deren Flotten und alles. Aber deren Konvoirouten und so weiter, die gehen mit Sicherheit einfach durch den Atlantik, weil das eine Aktion war, Minute vor Safe Game Ende. Und dann bei Startbeginn machen sie es wieder aus. Und da haben sie sicher keine Escorte dafür auszahlen. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Also das wäre nochmal so etwas. Insbesondere wenn die CLF den Krieg erklären würde, weil die könnten halt, wobei der Konvoi würde dann vielleicht aufgelöst. Ich weiß nicht, wie Paradox-Spiel da funktioniert. Aber wir könnten die wahrscheinlich versenken, wenn wir das noch angehen würden. Das wäre so richtig, richtig lustig. Na gut, das ist auch hier für die Statistik. Also die Grundidee von dem war gar nicht mal so verkehrt. Aber die haben das zu auffällig gemacht. Also wenn man halt wirklich 100% der Fabriken raushandelt und dann nur Ressourcen anhandelt, die man selber nicht verwenden kann, dann hätten die zum Beispiel nur Stahl eingehandelt. Da hätte man zwar immer noch gewundert, worum jemand, der 700 Stahl hat, Stahlein handelt. Aber es gibt halt Ressourcen, da kann man sagen, okay, die brauchen wir vielleicht aus denen den Gründen. Vielleicht baut er ja ein bisschen mehr was. Aber die haben zum Beispiel, stellen null Flugzeuge her und handeln irgendwie 300 Gummi ein. Soll ich erwarten, dass die motorisiert herstellen im Tausenderpark? Also ehrlich, Jungs. Also da muss man schon ein bisschen cleverer rangehen an die Aktion. Und hätten sie halt die Ressourcen jetzt zumindest ein bisschen gleichmäßiger verteilt, wäre das auch nicht so auffällig gewesen. Die hätten ja jedem was geben können. Uns haben die keine einzige Fabrik gegeben. Das war auch wirklich witzig. Aber hätten die das halt gleichmäßiger verteilt, dann hätten sie als schwächer gegolten. Und dann wäre das auch keinem so stark aufgefallen. Aber wenn ich auf einmal lese, dass die 350 Gummi einhandeln, da unten bei Indonesien und kein einziges Flugzeug herstellen. Also das ist sehr einfach zu erkennen und sehr offensichtlich. Also ich glaube, die Idee war gut. Die Durchführung war vielleicht noch ein bisschen holprig. Ich glaube, da hätte man wirklich, hätten die da was draus bauen können. Naja, aber das ist so zu spät. Jetzt haben sie auf jeden Fall die CLF quasi zum Freund von uns und zum Feind von sich gemacht. Sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Also die Statistik feine Sache. Die wollten das Tool quasi auch dafür nutzen, für ihre Zwecke. Und das hat jetzt ein bisschen wegfeiert. Also da auf jeden Fall danke an Lukas für die ganzen Statistiken. So, in dem Sinne. Ciao, ciao.